so meine lieben wir haben ja ein neues spiel auf meinem handy normalerweise zog ich aktuell ballstars aber am liebsten halt warsound ich mach mal den sound ein bisschen live auf dem spiel so ganz kurz erklärt die meisten spiele spiele ich live wenn ich ballstars spiele ist auch mein gesicht zu sehen in den meisten fällen aber ich werde es immer live über mein handy deswegen ist es ein bisschen anders jetzt hier ich will das spiel antesten deswegen ohne mein gesicht ist auch tief in der nacht und ja lasst doch mal ein abo da wenn ihr bock auf das spiel habt und kommentiert mal gerne ansonsten wie gesagt immer live streams und da habe ich nicht so viele hashtags drin und deswegen findet man mich nicht so gut ich habe auch noch einen hauptkanal einfach jannis geht ihr auch mal gerne abschicken lasst einfach mal einen kommentar da dann kann ich euch gerne einen link geben ja ist so ein kartenspiel hier ich habe keine ahnung eine million abonnenten erster kampf jetzt spielen wie man gewinnt angriff champion ok runde 1 was müssen wir machen deine hand das sind deine karten garren stufenaufstieg ich habe einmal zugeschlagen das ist gar in ein champion ok und wir klicken jetzt nochmal drauf ich kümmere mich schon um diesen aufgeblasenen übeltäter ok machen wir so ok das ist der schaden den eine einheit im kampf verursacht ok also fünf und wahrscheinlich die rote zahl hier ist der schaden also der leben schaden und leben champion können durch den bestimmten bildungen der nächsten stufe reichen der gara blablabla ok ok ja wer bin ich wohl nochmal in legend of time wechseln sich deine gegner und du rundenweise ab und führen aktionen durch ok so wie jugio oder pokémon karten damals noch du hast begonnen und garen beschworen dein gegner hat ohne aktion sein zug beendet also bist du wieder dran das ist der nexus er hat sechs lebenspunkte zerstören den gegnerischen nexus um zu gewinnen ok ziehe gar nach vorne um anzugreifen befehle dein angriff angriff davon wehrt deinen angriff ab also bist du wieder dran aber du hast noch eine karte tipp auf ok um den kampf auszuführen wo steht ok ah oh special effects hier 1 plus 4 karen hat einen gegner im kampf besiegt und ist eine stufe aufgestiegen wodurch sich seine stärke und sein leben erhöht aha ein weiterer gegner geht zu boden nicht so schnell ich darf nicht verlieren ich verliere nie ok wenn du oder wenn du keine aktion mehr hast dass den zug zu ende wenn beide spieler ihre züge wenden ist eine runde vorbei und eine neue beginnt zug beendet beende die runde runde 2 ich krieg eine neue karte du hast jetzt letzte und angegriffen jetzt ist der gegner der reihe neuer rekrut meldet sich zum dienst mach dich bereit wir greifen bald an ok machen wir ich bin bereit garen garen warum habe ich zweimal garen hier ich kann achso nur weil ich die karte da hingelegt habe ist das schon meine runde gewesen oh ok ähm zum angriff die hat ein bisschen angst würde ich sagen sie hat ein bisschen angst würde ich sagen Gerechtigkeit siegt ok das war es schon meint ihr wir soll das spiel weiterspielen oder nicht der freilich der freilichroth ist die heimat ungezähmter kreaturen ob klein oder groß ok wir haben hier neue karten anscheinend lasst mal einen kommentar da ich will ein paar likes haben ansonsten gibt es keine nächste runde und äh ja dein deck besteht jetzt aus dem marcia und freilichroth die namen sind auf jeden fall stark also ich mag das wirklich ähm ansonsten wenn die spielempfehlung habt schreibt mal drunter demnächst wollte ich mal das hauspack noch abchecken und äh ja ich würde mal sagen spielen wir noch eine runde oder nicht ne ich glaube ich gehe jetzt offline weil ich will gleich einen film gucken die beste abwehr ok ähm die beste abwehr komm machen wir die beste abwehr noch was ist denn die beste abwehr jetzt hier noch runde eins ja ich bin in chile alle sind sehr laut hier ja poros das willst du nicht ich spiele ein neues handyspiel und übertragst du das? nein ich nehme es auf und lade es hoch und frage ob ich es übertragen soll es schläft schon? automatisch automatisch ok warum steigt auf wenn er seinen gegner abwehrt interessant ok die haben drei karten direkt am start die haben drei karten direkt am start du kannst mir eine Michelada machen das kannst du auch übertragen das kannst du auch übertragen das kann ich übertragen wie ich eine Michelada mache habt ihr gehört? muss ich mich aussuchen abwehr bestätigen abwehr bestätigen das ist alles ein bisschen verwirrend mit der abwehr ne? ok mein nächstes wurde ein bisschen du hast zwei schaden durch einen gegner ok ich erinnere mich daran wie ich erinnern muss weg wird ok weg wird ok meine aktion oh was ist jetzt hier los ich bin irgendwie noch ein bisschen irritiert und mir das wirklich gefällt das spiel auf dem ersten blick sieht es stark aus ich mag die effekte ich mag die stimmen aber ich verstehe noch nicht genau was hier passiert warum habe ich plötzlich zwei katzen oder was ist das? sieht aus wie eine dicke fette katze diese dinger hier überlebe ich eine runde ohne ein poro dabei zu verlieren ok den da hin und den da hin macht ja Sinn weil der zieht ja 7 ab ok die beiden figuren haben sieg warum habe ich gewonnen das verstehe ich nicht warum habe ich gewonnen sieg sie hatten auch noch eine karte spinnenkönigin interessant ok ich musste meine mithilada machen das ist ein bier mit salzrand also zitrone und salzrand das ist ganz üblich in südamerika und zitrone kommt rein das glas hat zum salzrand und ja hin und her ja kommt mir dass die letzte runde haben wir 4 von 4 gemacht mana du brauchst mana um karten zu spielen zu beginn des spiels hast du ein mana ok jungspinner jungspinner denn jungspinner kostet ein mana spielte den jungspinner aus aber warum denk daran du kannst nur jede zweite runde angreifen in diesem spiel greift der gegner zuerst an du bist in der nächsten runde wieder an der reihe ok tipp auf runden beenden ich kann ja nichts machen runde 2 mana halten ich habe jetzt zwei mana alles haben wir es ist gut sich die beine zu vertreten ja wenn man acht beine hat dann ist das so was noch hatte ja ist ein schraubboot interessant auf jeden fall dass man die ah ich muss nochmal die karten reinziehen Alice beschwört eine neue jungspinner wenn sie angreift angriff beschwöre eine jungspinner die angreift runden beginnen du hast drei pluspunkte ok jetzt habe ich noch eine jungspinner mehr ok oh wir haben den auf jeden fall gehörig die energie abgezwungen ich weiß nicht ob das spiel nachher live gegen andere menschen ist oder wenn beide spieler ohne aktionen zu werden endet die runde kann ich nicht eine karte noch reinziehen ich habe keinen mana warum habe ich keinen mana ah ich kriege jetzt drei mana ok oh ok was ist das ha ha ich bin in der hausschiene Wir brauchen sich Spinnenspielen, das Ding da hat 5 Stirnchen da, der Inaktion, wir haben mit deiner Hausspielen ab, WDL ist, warum kann ich nicht, ich verstehe das nicht, dass ich die dritte Karte nicht wählen kann, das ist richtig komisch, okay, ja, es steht noch in eine neue Version zum Test bereit, deine Aktion, Runde wählen, ho ho ho, ich weiß nicht, ich verstehe das die ganzen Karten sich nicht verändern und sowas, das ist alles super irritierend, was meint ihr, ich glaube nein, ist es mir alles zu durcheinander, ich drück den ganzen Zug beenden und mach eigentlich gar nichts, ziehe die ganze Zeit hier solche Karten, wo ich so Fünferdinger habe, ja vernichte ich doch jetzt oder? Warum habe ich keine Angriffsmarke, okay. so schlimm war hast du doch nicht, oder? Total Zerstörung, ich gebe den komplett vernichtet gerade, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das Spiel gefällt mir glaube ich nicht, ne, 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 aber, naja, ihr könnt ja mal kommentieren, ob wir weiter machen sollen oder nicht, ich lasse das Spiel ein, zwei Tage jetzt auf meinem Handy, Licht und Schatten, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf Licht und Schatten mehr, ich glaube das Spiel ist nichts für mich, das mit zu durcheinander, alles sehr verworren, dieses mit dem Marken, das ist sehr schlecht erklärt, keine Ahnung, also, ne, ich gehe raus, obwohl hier vier von vier, da bin ich glaube ich erst durch den Tutorial durch hier, ne, für Gerechtigkeit, also, für Gerechtigkeit, ja, ah, hier, das ist schon schön gemacht, die Details und so, aber warum, und wie ich dieses, ähm, diese blauen Marken hier kriege, hab ich noch nicht verstanden, und warum ich diese Karten habe und nicht die anderen Karten, warum ist diese Spinnkarte nicht mehr da, das ist alles ein bisschen komisch, ja, hab ich verstanden, Nein, 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 ich hab keinen Bock drauf, ich, äh, würde lieber, glaube ich, Marvel spielen, oder was, eigentlich müsste ich die doch locker vernichten, oder, okay, der kriegt da so ein Magier-Dings, auf okay, der ist weg, mein ist weg, ja, jetzt kriege ich hier wieder Marken, aber warum kriege ich auf einmal 6, das verstehe ich nicht, warum, warum diese, warum er ja nur 4, ich 6, also, keine Ahnung, ah, ne, weil er seine Arbeit gemacht hat, deswegen Abzug, aber das ist alles ein bisschen irritierend, Boah, die wird richtig krass, oder, kann das sein? Boah, die wird richtig krass, oder, kann das sein? Okay. Weg damit. Ich bin ja fast am Sternen, ja, und ich habe nicht mal wirklich Eingriffe darauf, was ich mache hier, das ist so, keine Ahnung, alles irgendwie dem Zufall überlassen, habe ich das Gefühl. Z. Ja, ich ziehe nicht da rein, gut. Kriege ich die andere auch noch? So, richtig zerstört hier, ja. Ja. Die Witte zur mächtigsten, okay. Plus 1, der Flugzeug bei den Ohren der Schatten zu besiegen. Ja, ich bin dabei. Angriff. 4 zu 4. Aber ich habe doch ein Mann, warum habe ich nicht genug Mann, warum, wofür, wo sehe ich wie viel Mann, ich brauche, ist diese Zahl 8 da oben für Mann, das ist alles dumm, ey. Das ist gerade richtig vergewaltig. Okay, das Video geht gleich 20 Minuten. Das ist mein Weg. Auch für Lücke. Auch für Lücke. Ja. Ja. So. Für die Ehre meines Außen. Okay, ich kann da irgendwie, ich schicke das alles noch gar nicht wirklich. Ich glaube, das Spiel ist ganz geil für jemanden, der Bock auf das Spiel hat. Nach einer Niederlage leuchtet man nur noch... Ich habe verloren, okay. Aber ich check halt auch gar nicht, was ich machen kann hier. Okay. Also wie gesagt, wenn ihr das Spiel hyped, dann werde ich es weiter studieren, aber ich glaube, ich bin hier raus. Warum geht die Runde weiter? Warum habe ich 4 und die haben 10? Ich schätze! Ok, ich bin immer noch dabei, ja. So. Ich hätte die Karten hochziehen müssen, glaube ich, oder? Angriff. So. 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 So.